Das Corona-Virus verändert zur Zeit das Leben in unserem Land dramatisch. Das internationale Golf-GTI-Treffen und der Börthersee, das ist wie eine glückliche Partnerschaft seit neun Jahren. Immer mehr vertraut, immer wieder neu. Immer mehr vertieft, immer wieder faszinierend. Die Golf-GTI-Gemeinschaft und die Gemeinde Reifnitz-Maria-Börth. Die Golf-GTI-Gemeinschaft Die Golf-Gibbe hat 88mph, sieh'n 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 sieh'. Die Golf-Gibbe hat 88mph, sieh'n 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.